Hallo ihr Lieben und grüße euch bei SportLena. Noch nie haben wir ein Video über Kinder- und Jugendräder gemacht, aber das soll sich jetzt ändern. Auch die Kids wollen wissen, was es gibt und deren Eltern wahrscheinlich auch. Also starten wir mit einem Modell von Merida, den Wolf 7.71. Ein gut Shimano bestücktes Hardtail, Shimano Alivio 24 Gang Schaltung, Shimano Tretkurbel und vollhydraulische Shimano Disc. Dieses Modell gibt es in drei verschiedenen Farben. Wie ihr hier seht, in Silk Black Blue Orange, in Silk Black Green White und Silk Black Pink. Ein solides Bike für alle Kids, die gerne im Sattel sitzen und für alle Eltern, bei denen Preis-Leistung ein Thema ist. Mit seinen 27,5-zölligen Laufrädern und seinen Rahmengrößen ab XS, das sind 34 cm, ist hier selbst für die Kleinsten gesorgt. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns. Für mehr Infos über das Bike könnt ihr gerne auch unseren Webshop besuchen. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, dein Sportlehner.